Ja, hallo? Anna? Ähm, ich wollte dir was sagen. Weißt du, ähm... Ich glaube, ich bin schwul geworden. Hey Leute und Damen und Willkommen zu einer neuen Folge Abo-Games. Mit dabei ist hier der Felix und... Oh Gott! Wie bin denn da bin ich eigentlich? Abo-Games. Oh, 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 oh... Und... Oh, scheiße, Alter! Oh, nein! Nein! Und, und? Ja. Vielleicht schaff ich das. Und, ja! Ich schwitz gerade hier, Digga. Ich schwitz. Ich bin gerade am schwitzen, wenn ich mit dir kämpfe. Ja, und dann wollte ich noch ne kleine Sache ansprechen. Halt's Maul! Ich wollte ne kleine Sache ansprechen. Nämlich ist das so, dass ich vielleicht nicht immer jeden Tag ein Video bringen kann, aus dem Grund, und da ich einfach sehr wenig Zeit habe momentan im Leben. Warte, warte, ich bin gespannt, was ich hier für Stats hab. Digga, ich hab ne 0,8er KD. Was ist da los? Mann! Fass mich nicht an! Gott, Alter, ich bekomm so... Ja, aber kann es sein, dass du hackst, du dreckiger Lümmel? Ich bin am eskalieren! Ah, mein Hals, oh, du schmerzt einfach so sehr. Digga, aber warte mal an! Digga, lass mal! Beruck dich, beruck dich! Ich will einen Telefonstreich machen! Telefonstreich, for the win! Ähm... Anna? Ähm, ich wollte dir was sagen. Weißt du, ähm... Ich glaube, ich bin schwul geworden. Nicht dein Ernst. Doch, also, ich guck mir grad jeden Abend auch Gay-Pornos an. Also, auf jeden Fall... Ach du Scheiße, jetzt hat er aufgelegt. ... ... ... ... ...